Wenn du dieses Geräusch hörst, dann film ich. Dann filmst du und dann läuchtet das rote Licht und dann ist man da drauf. Dann kann man da nichts mehr gegen machen. Du hattest doch was zu sagen, oder? Das Leben ist hart, ja. Tel Aviv wieder von Trusik. Jetzt fahren wir aufs Bachblühen. Los geht's. Mein Name ist Gustav. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu in meiner Hose Bachblühen 2015. Das stimmt gar nicht. Wie hörst du das? Ich bin Fabian, ey. Werbung und so. Kurt! Kannst du doch mal einen Witz erzählen? Nein, nein. Er hat nur den einen. Könnt ihr mal die Schrause halten? Ja. Ich glaube auch nicht. Ist das geil. Wuhu! 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 W clearly! Was ist das? Wuhu! Hey, wer bist du denn? Ich bin Basti, hi. Hey, und? Was machst du denn? David! Wir trinken und für Basti. Ja, was noch sonst daran steht halt. Und David Guetta ist mein allerbester Freund. Ja, sehe ich schon. Kein Festival ohne David Guetta. Du kannst ihn aber küssen. Ja, wir haben ihn zueinander gefunden und wir werden uns auch noch wieder verlieren. Ihr braucht Glück. Pures Glück. Glück und Entspannung. Wo? In meiner Hose natürlich. Hier wächst, wenn wir das jetzt vergraben, bald ein Schuhner David Guetta. Hey, was machst du da? In meiner Hose, bald auch schon in deiner Hose. So nicht, nächster Take. Hallo, ich bin Fabian. Ich mag euch alle sehr gerne und ich finde dieses Festival ziemlich schön. Wir kämpfen da, wo andere Urlaub machen. Und wir tanzen auch da, wo andere Urlaub machen. In meiner Hose, bald auch schon in deiner Hose. Das hast du schon mal gedacht. Echt? Dicht zusammenbleiben. Was machst du da? Superman sein. Der goldene Blitz. Oh, geil. Kommt das auf Facebook? Ja, das kommt auf Facebook, ey. So was muss ich machen? Oh, hallo. Woohoo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen, dass alle dicht zusammen ausschalten, da passt hier gar nichts zu. Ja, Bachblüte! Zu den Guarnauten will ich. Ich glaube, die werden jetzt zur Zeit den Boden verdichten. Ja, das glaube ich auch. Ich bin gerade auf dem Weg zu diesem Goa-Transfer oder wie es auch immer heißen mag. Ganz komisch. Ich bin das erste Mal da und bisher habe ich nur gearbeitet, aber es ist großartig. Ja, das war genau wie damals, als ich deine Freunde fertig gemacht habe. Weißt du, das hat so richtig Bäm gemacht, verstehst du? Oh, in meiner Hose, Hose kuscheln. Was ist denn in meiner Hose? Ja, macht Feuer! Ich wollte euch nicht stören in eurem... Stör uns bitte nicht! Drum-Bass-Modus. Ja, für die Frau konnte vorher... Leider war alles nur Achterbahn-Style. Du warst Motocross-Fahrer. Das war krass, Alter. Schön mal im Bruch. Nice! Das ist doch schon mal cool. Oberschenkel-Groach. Auch nice! In meiner Hose. Hammer geil! Oh, ich dachte... Du bist der Bestimmungsfeld habe ich gehört! Festivation, Mann! 38 bis 42. Ich bin eher 38. Hat er das gerade gesagt? 38 bis 42. Du hast graue Haare und herrartig zu. Okay, jetzt geht's. Was machst du hier? Naja, ich bin gar nicht hier. Ah, stimmt. Scheiße. Wenn du das nicht ins Internet stellst... Stellst du das ins Internet? Verlinkt mich drauf. Bitte, ich bin... Ich bin famegeil. Du bist ja famegeil. Yeah! Stellst du auf YouTube! Ich will meine Mama, dass sie dich kriegt voll Ärger. Kann ich was mit meinen Ohren? Ich kann nichts mit meinen Ohren. Ach, scheiße. Ich kann was mit meinen Eiern. Nee, lass es mal. Ich kann... Ach, sieh mal! Was ist hier los, tschau? Hey, ich kann es ja nicht probieren. Ich kann es nicht probieren... Hi, hi. Ja, hallo. Ich hab mir das nicht probiert. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Helge, da passiert doch was. Auf rein! Dinkelrochen. Dinkelrochen. Das ist ja sehr interessant. Warum denn der Dinkelrochen? So war die Katze, die die in den Sack war. Zieh weg. Du musst so schnell ein Foto machen und wieder nachdrehen, dass du 25 Bilder in der Sekunde hast, dann kannst du ein Video rausschneiden. Ich habe gestern gefilmt. Habe ich gestern auch gefilmt? Ja, scheiße. Ey Leute. Alkohol. Die haben voll den Schaden. Die beiden. Weißt du gar nicht wer das ist. Das war so geil. Ja, ich hab das. In meiner Dose. Ach, das ist ja lieb. Du bist aber ein Lieber, ne? Ganz besonders hervorragend. Du bist ein netter. Ne? Ja, da hat doch jemand reingefissen. Ja, guck mal. Das ist dein Zahn. Ne, mach mal dein Zahn. Herr Gamos. Ja, da findest du. Es steht ungefähr 150. Und? Was er sagt. Ja, er ist der weiße Mann. Und wie heißt der Track? Boah, in meiner Hose Rackers. Für mich wäre die Väter auch gar nichts. Weil du mit David Guetta geht. Geht nichts. Boah, boah, boah. Das ist das erste Video zum Wikinger Tanzstil von mir. Ja, von mir. Also, pass mal auf. Leute. So, das geht's einfach. Stellt euch erstmal so hin. Macht euch erstmal locker. So, und jetzt. Jetzt geht's los. Ey, voll krass. Macht's nach, liebe Kinder. Zeigt es euren Eltern. HiPoon am Rohr. HiPoon am Rohr. Am Rohr? Am Rohr. Ein Gnährohr verbohrt. Tja, wir sind voll scheiße. Kann man mit der Kamera kokettieren? Kokettieren? Das musst du auch mal lernen. Guck rein. Jägermeister? Ja. Dass wir erstmal alle Kameras durch Jägermeister ersetzen. Das bleibt mir sehr schlecht. Ah, da ist sie wieder. Hast du das in Blumen aufkochen? Nee. Doch. Gute Nacht. Mach mal was. Kannst du irgendwas? Wir können was. Geht einfach weg. Aus dem Bild. Ich muss noch ein Video von ihr machen. Jetzt bin ich am Ackern. Am Ackern und aufm Ackern. Ich bereich dir diesen Sticker. Wie schön ist hier doch. Halleluja. Das ist ja. 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 Was gibt es denn hier? Hier ist ein Litzershop. Kennt ihr euch mit Autos aus? Ne. Was willst du denn? Geil! Oder so Audi-Dinge. Hey! Hallo! Bist du in meiner Hose? Siehst voll böse aus. Ja, das liegt in meiner Natur. Das liegt in meiner Natur. Ich bin nicht böse aus. Ich bin nicht böse aus. Du musst mir den Zapper erst machen. Ich bin mir gecheckt. Was geht bei dir? Bist du im Team? Das war so lecker der Mann. In meiner Hose 2.000 Fits und Records. Ich hab schon ein kleines Erziehung. Helge, da passiert was. Ne. Geht nicht. Ständig dumme Videos macht er nämlich. Festivals. Festivals. Töne.